Ladies and Gentlemen, Demon's Souls. Es geht weiter. Boss Time, oder? Ich glaube. Ich hoffe nicht, aber ich glaube. Was ist das? Phalanx. Oho. Nehmt das auf. Noch mal auf die Kuh. Oh mein Gott, was ist das? Aha. Okay, mal testen. Bekommt der Schaden jetzt? Nein, oder? Nein, logisch. Oho. Oha. Uff. Uff, 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 uff. Oh nein. Ted Pentin, wo bist du, Ted Pentin? So, let's do it. Aha, guck, da ist er. Wo versteckst du dich? Wo? Oho, guck mal, wie viel Schaden das macht. Feuerprobleme. Habe ich auch. Kommen im Club, dann. Ich muss mal da meinen Weg freimachen, glaube ich, ne? Was ist das für eine Kamera an sich? Ey, willst du mich töten, oder was? Wieso bekommt er keinen Schaden? Uff. Oha, oha, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut. Don't worry, be happy. Wir sind sicher, wir sind sicher. Muss ich alle töten, vielleicht? Ist schon ein bisschen komisch. Komischer, Boss. Wie die Kacke aus? Nee. Nur Charisma, nur Charisma. Aha. Also bevor ich jetzt Magie benutze, will ich mal so weitermachen. Oh, scheiße. Kondition, wo bist du, Kondition? Oho. 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 Also er ist nicht so stark, oder? Denn er trifft schon, aber sonst nicht so. Genau, jetzt habe ich das gesagt, jetzt bekomme ich auch die Fresse. Ist immer so bei mir. Oha, steckt geblieben. Uff. Oh nein. Immer noch null Schaden. Oha. Was ist das für ein Heilwarn? Ich glaube, ich muss alles töten, da. Rund. Aha. Oh. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich glaube, wir schaffen das. Uff. Also mit Magie... Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn... ...rasieren würden, aber naja. Ich versuche es mal jetzt so. Wenn es nicht geht, wenn es anders nicht geht. Oho. Er heilt sich. Hey, hab ich ja erst jetzt gesehen. Oho. Oho. Waffe zerstört. Jetzt liegst du aber. Waffe zerstört? Ich habe doch etwas dagegen. Oh nein. Wie heißt das schon wieder? Oho. Oho. Scheiße. Oho. Na super. Ganz kaputt ist sie noch nicht. Aha. Jetzt, jetzt, jetzt. Oho. Oho. Oh nein. Scheiße. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich glaube das, den schaffen wir schon. Also das... Aber die Waffe ist kaputt jetzt. Scheiße. Aber gegen Feuer hat er schon ein bisschen... ...bekommt er mehr Schaden, ne? Ja, das ist gut. Oho. 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 Er vor der Sicherheit. Hör auf zu heilen. Oh mein Gott, er heilt sich wirklich. Wo heilst du dich? Wo? Oha, kommt zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sicher ist sicher. Ja. Nein. Hör auf ihn. Oh guck. Guck ihn an. Oh mein Gott. Seine Familie ruft er. Seine Kinder. Geh weg. Mach Platz. Au. Noch ein Treffer. Es kann nur einen geben. Der Demo wurde vernichtet. Ja. Oho. Trophäe des Phalanx. Trophäe des Phalanx. Oho. 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 Sehr schön. Dankeschön. Hoch. Die Waffe. Ja. Genau. rechtzeitig. Ich. Oh Gott. Was ist das? Guck. Guck wenn ich laufe. Guck mal. Ob jemand hinter mir ist. Oder werde ich langsam paranoid. Aha. Da geht es weiter wie es aussieht. Aber. Zuerst. Nach Lexus. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Deine Blicke. Oho. Meine Blicke. Oh. Was ist das? Schließen. Wo schließen? Berühr. Berühr das. Do it. Berühr. Berühr. Keine Angst. Passiert nichts. Was ist das? Zwillingsfang. Ist das eine Frau oder? Ah. Ich dachte das sind Haare so. Aha. Filmszene. Vater. Ich habe gesehen. Oho. Wer ist das? Hey. Eine Frau. Ui. Was ist das? Blind. The Monumental awaits thee above. Mein Part ist rot, oder? Schon geil. Ich sehe aus wie ein Redneck. Oha. Redneck ist gut. Ja. Redneck ist gut. Ich mag Redneck. Psychisch. Psychopath. Terror. Terror. Verstehst du? Die Monumental will explain the Nexus to thee. Aha. Okay. Danke. Was ist jetzt passiert? Nichts habe ich verstanden. Mysteriöser Spiel. Extra. Oh Gott. Oha. Was ist das? Die haben so einen englischen Akzent. Das ist auch so. Mutter Maria ist auch da. Oder Theresa war das. Moruck. Ich habe noch Angst. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Das ist etwas, was mir interessiert. Das ist etwas, was mir interessiert. Das ist ein englischen Akzent. Der Nexzüge von der Nexzüge ist. Das ist ein englisch. Das ist ein englisch. Ich habe ihre Fleisch und Blut mit ihrer Kraft. Aber bemerkst du dich. Du bist nicht in eine schwelle Beste. Wieso kann ich zu Baisy werden? Was ist passiert? Hast du dein Herz verloren? Keine Ahnung. Bleib dir sicher. Wir können hier immer sitzen. Zumindest werden wir sicher. Alle sind so entspannt, ne? Okay. Nichts, nichts, nichts. Geh weg. Also, Süße. Was geht? Ich dachte, du heilst mich. Äh, heilst mich. The Monumental. The Monumental. Was das? The Monumental. Rock'n'Roll. Okay, gut. Äh, hallo Muruk. I would be happy to lighten your load and put up in any excess baggage. Genau. Das muss ich machen jetzt. Müss ich. Gegenstand deponieren. Ja, das ist auch, äh, ja. Wir können ja nicht 1000 Kilo mittragen. Leider. Hm. Oh nein. Ich habe so viel Geld ausgegeben. So viele Seelen. Okay, das ist für Frauen. Platten. Musik. Äh, Platten. Schuhe. Und was das? Alte Zerfest. Stiefel. Platten. Musik. Bolzen. Wie viel Kilo? 0 Gramm. Aha. Okay. Rossschwert. 1 Kilo. Bastardschwert. Oh man. 5 Kilo. Aber scheiße. Ich kann das ja sowieso nicht ausrüsten. Tch. Kettenbrecher. Rapier. Lechte Armbrust. Sklave. Geh weg. Sklave Schild. Wo ist Sklave Schild? Bitte. Ich bin ein König. Ich bin ein Gott. Oho. Nein, nein. König ist gut. Soldatenschild. Faustschild. Was ist besser? Schwierig. Hm. Ne. Egal. Oho. Das sieht geil aus. Lila Flammenschild. Ich kann das eh. Oho. 8 Kilo. Geh weg. Ich bin so. Ich bin alleine so schwer. Soll ich das noch tragen oder was? So. Nein. Gras muss ich mitnehmen. Messing Teleskop. Ja. Weg. Geh weg. Brandbombe. Kann ich auch mitnehmen. Was ist das? Aha. Okay. Ich glaube das ist gut. Oho. Alles habe ich gegeben. Welche klaust du? Deine Gäste sind sicher und sicher mit mir. Bestes Glück zu dir. Diablo 3. Oho. Okay. Bestes Glück zu dir. So. Ähm. Gehen wir mal nach oben. Genau. Höf. Was ist das denn? Oho. Geil, oder? Passiert da was? Also jetzt bin ich fertig mit dem. Nein, ich bin nicht fertig. Es geht dann schon weiter, glaube ich. Sie hat gesagt, geh hoch oder so. Okay. Wo hoch? Ganz hoch? Oder was? Also wenn sie ganz hoch meint, dann... Ich muss ja fast. Sonst, sie will uns nicht aufsteigen lassen. Ja. Sie will, dass wir leiden. Ich sehe schon. Ich sehe an ihren Augen das. Okay. Mani Mani soll mich aufklären. Soll mich aufklären. Okay. Gut. Gehen wir ganz hoch. Kein Problem. Also wer ist der Mani Mani? Mani Mantel? Da oben? Noch, noch mehr? Oho. Klettern. Mount Everest. Kein Problem. 8325. Seelen. Oh mein Gott. Reich. Ich bin reich. Ich werde Stufe 50 sein. 100 sein. 1000. muss losen. Manimentel? Mani! 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 Ja. Ist nicht gratis. Man muss suchen. Man muss leiden. Such, Bruder, such. Wir haben Zeit. Such. Oh, wer ist das? Wer bist du? Oh. Interessant. Sind die tot? Ja. Wollt ihr mich erschrecken? Oh. Oh mein Gott. Die beten. Okay. Wie groß ist dieses Gebiet? Mein Gott. Okay, gut. Alles mal anschauen. Ist sicher nicht schlecht. Oh. Schöne Aussicht. Gucken wir alles an. Ich meine, wenn wir schon da sind. Die beten. Ich glaube, sie beten für mich. Ich bin der König. Ich bin ihr. Ja, euer König. Ihr könnt sitzen bleiben. Also, aha. Was ist das? Äffi. Äffi. Mehr Augenstein. Hört sich gut an. Ist bestimmt. Damit man seine Waffe verbessert. Und. Aha. Reden. Oh, er lebt. Oh. Wir haben lange erwartet, dich, Schläger von Demons. Ich bin einer der monumentalen. Ach, gefunden. Hast du übersehen, Mann. Es ist etwas, was du uns wissen musst. Mal haben wir auch eine Schläge von Demons. Aha. In der distanten Zeit, unter einer benevolenten Ruhung, der Welt war unruhung, owingen zu den Soul Arts. Until, a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber, yet only after the loss of innumerable souls, and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six elders with six precious archstones. One to the king of a small yet diligent land. One to the king of the borrower's underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became Monumentals, half-living Sentinels of the fabric of reality. Aha, krass. Das ist ein großes Spiel. Gott, unheimliches Kind. Ich kann nicht gucken. Ist er weg. Doch die Kraft der Gewaltigen wurden vier versiegelte Keilsteine frei. Also das heißt jetzt, ich könnte dorthin, wo ich will. Also, ja, ich muss nicht nach Reihenfolge machen. Now it is your turn. You must lull the old one back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Real, danke für den Follow. Dankeschön, willkommen. Mission annehmen, oder? Go, ich danke schön. Freut mich, freut mich. Danke, danke. Sehr lieb von dir. Mission annehmen. Soll ich? Ich muss. Was soll ich? Du musst. Ja, wir sind wirklich glücklich, dass du dich haben. Jetzt, geh zurück und zerstör all den letzten Demonsten. Der alte, ohne Demonsten, um ihre Seelen zu vermitteln. Will a new servant seek and lure you to its bosom. Also, er sagt, ich soll alle Dämonen töten, aber... Also, du siehst am unheimlichsten aus. We neutralized the old one and banned his own hearts. Nein. Then we spread the archstones and in order to mend reality, Monumentals we became. However, man's memory of history is our show. And before long, he repeated his mistakes. The Monumentals perished and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the old one. So ein weiser Kind. Also, ich fühle mich sehr ungebildet gerade. The Monumentals perished and the archstones and the short-sighted King Alant once again aroused the old one. Gut. Ja, ich glaube, die Zeit ist gekommen. Ich kann aufsteigen. Ich kann OP noch, OP noch, OP noch, OP werden. Wir können jetzt Level 1000 erreichen. Gut, dass ich... Dass ich ihn gesehen habe. Also, ich habe ihn fast nicht gesehen. Wirklich. Übersehen habe ich ihn fast. Aber ich verstehe nicht, wie man das kann. Weil das Kind sieht schon ein bisschen kaputt aus. Schwierige Kindheit. Ich verstehe. Naja, deswegen lasse ich ihn lieber träumen. Wir sind die Hoffnung. Ja, wir sind die Hoffnung. Okay. Und wie komme ich da raus? Many, many, many. Everybody. Alter, wo komme ich jetzt raus? So, ich bin... Oha, guck mal, er bewegt sich. Oha. Okay. Da. Juhu. Gefunden. So, jetzt gehe ich zu dieser Schönheit. Ja, sie gefällt mir eigentlich. So, optisch perfekt. Was wieso noch? Schwarze Haare. Dunkle Augen. Ich habe da keine Augen. Aber was anderes. Oder? Ich meine immer dasselbe ist auch langweilig. Boah, was ist das? Oh, muss kaputt gehen? Oh, das geht kaputt, oder was? Nein, es geht nicht kaputt. Aber... Es hat so... Es hat sich so angehört irgendwie, nicht? Ja. Sehr realistisch. Okay. Ich bohre da was jetzt. Ich finde etwas heraus. Etwas, was nicht im Spiel ist. Oha. Was ist das? Okay. Auch nichts. Ich will raus. Hilfe. Oh Gott, ich drehe durch. Ich hoffe, ich muss nie wieder... Hey, meine Waffe ist kaputt. Oha. Warum? Oh mein Gott. Ich muss kaufen. Noch mehr bezahlen. Und das Reparieren kostet sicher auch. Was da? Guck mal, wie hoch. Oh Gott. Ich kann nicht runter gucken. Pass auf. Tausend Quadratmeter. Ich wohne hier. So. Ist da... Oho. Wer ist das? Freund oder Feind? Guck mal die Frisur an. Der ist sicher ein Freund. Er will, dass ich ihn bestrafe. Tut mir leid. Oh Gott, ich sehe so gut aus. Okay, Unglück, ne? Hat er jetzt zweimal gesagt? Gut, gut. Oha, wer bist du denn? Ey, was ist das? Ich... Ich habe gedacht, da wohne ich alleine. Wir haben eine große Familie, wie es aussieht. Onkel? Hallo, Anscha. Hallo, hallo, willkommen. Oh. Ach, vielen Dank. Hallo. Hallo, Leute. Willkommen, willkommen. Äh, Wunder erlernen. Oho. Oho. Das ist gut. Oh nein. Ist nicht gerade... Oho. 5000. Na, ein sehr einfaches Wunder. Stellt die TP des Wirkers wieder her. Oho. Das ist genau meins. Was ist das? 20.000. Okay, lesen wir mal. Ein sehr einfaches Wunder heilt den Wirker von Vergiftungen. Ist auch schön, ne? Ähm, aber... Kann ich die dann auch benutzen? Ich glaube schon. Ein einfacher Ausdruck der Macht Gottes. Heilige Krieger berufen sich auf ihren einsamen Abenteuern auf dieses Wunder. Okay. Refugio. Oho. Ein neues Wunder. Boletarias. Schickt den Wirker zurück in den Nexus. Der Nexus bindet mächtige Seelen und dieses Wunder beruft sich auf diese Macht. Okay. 20.000. Also ich laufe lieber. Ähm, Seelentarnung. Was ist das? Verbirgt die Seele des Wirkers, sodass es schwarzen Phantomen erschwert wird, ihn aufzuspüren. Die schwarzen Phantomen, die Boletaria unsicher machen, sind nun immens gefährlich und Feind Gottes und der Menschen gleichermaßen. Aha. Okay. Schön, aber ich nehme Heilung. Ich nehme jetzt schon, ne? Scheiß. Okay, genommen. Geh weg. Wunder merken. Was? Was? Aha. Und jetzt? Ich habe das jetzt noch nie gemacht. Merken. Merkes. Merkes. Aha. Guck. Ich habe... Da unten steht es... Ich glaube, das ist der Zauberslot. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube. Und ich habe nur einen Platz. Siehst du hier? Es ist ein Bauchregner. Sie haben ähnliche Effekte. Und zwar ist der eine sicherlich schweig und der andere sicherlich gut. Magister, in der Ende, sind nur Servierter der Daemen. Oh, okay. Okay, jetzt wiederholte es sich gut. So, ich mache hier einen kurzen Cut. Es geht gleich weiter. Falls euch die Videos gefallen, nicht vergessen zu liken. Bis dann. Ciao.